ein informationen und hinweise gibt es bei ein bilderbuch für verliebte unsern lieben frauen mw kf cp das beginnt nach der liebeserfüllung nicht vorher da entfalten die seelen ihre volle stärke nicht vorher da geht der kampf in voller rüstung nicht vorher da stehen die charaktere auf gleichem feld nicht vorher da sind die schranken zwischen zwei menschen dahin da erst nicht vorher alfred kerr müde und begrenzt streckt sich der sommer ins gras heinrich mann seinen eigentlichen anfang nahm das abenteuer erst als sie in löwenberg ausstiegen der d zug ruhte lang und dunkel in der halle unter dem holzdach sie durchschritten einen tunnel oben in hellem sonnenlicht stand die kleinbahn wie aus holz gefügt steif und verspielt sie stiegen ein wolfgang diese bahn scheint noch lange hier zu stehen machen wir einen kleinen spaziergang setz dich hin und falte die hände sie geht gleich ab der zug ruckte und ruckelte sich gemächlich durch salatgärten hofmauern der horizont flimmerte blendend weiß war es eine schönheit diese landschaft nein da standen baumgruppen durch nichts ausgezeichnet das land wurde wellig in der ferne versteckte ein weltchen und zeigte ein anderes man freute sich im grunde dass alles da war das maschinchen schnob und klingelte zornig durch den staubigen rauch hindurch klingelte es melodisch wie eine läutende kirchturmsglocke bei sturm wolf den reiseführer sie hatten ihn im d zug liegen lassen er hatte ihn im d zug liegen lassen sie hielten mitten im walde auf der strecke die köpfe heraus die beamten waren zurückgelaufen hatten schaufeln mitgenommen die lokomotive mußte funken ausgeworfen haben ein kleiner brand war entstanden ich will mitlöschen er kugelte den sandigen abhang herunter die reisenden lachten oben stand kläre und verdrehte die augen du mußt ja er kam zurück ganz bestaubt lächelnd glücklich er hatte sich wieder einmal betätigt die beamten kamen stiegen auf der zug ruckte an eigentlich na ich finde es heiter denkmal mein papa und mein mama sitzen jetzt im kontor fahren in der stadt herum und glauben ihr töchterchen wohlgeborgen im schoße der treu sorgenden freundin hingegen na ja treu sorgen sorgst du ja auch für mich der jäger nebenan hatte schon lange in sich hinein gelacht er saß da grün bepackt schwer und braun gebrannt man hatte wenn man ihn sah die empfindung von ganz frühen feuchten morgen ein mann tappt durch den halb dunklen wald es riecht kräftig und gut das kleine dunkle loch der büchse guckte unheil verkündend schwarz und dunkel in die luft kleine kugeln werden herausfliegen das reh auf das es morgen gerichtet wird lief vielleicht jetzt gerade mit seinen gefährten zur quelle trank und war zierlich im walde verschwunden der jäger stand auf stopfte sich eine pfeife und sagte beim herausgehen schon zeit junger man schon zeit und trampfte lachend davon das coupé war erfüllt von ihrem schreien das die rumpelnden und klirrenden geräusche übertönen sollte man verständigte sich nur schwer sonne weit über das land wie sonne weit über das land nein sonne weit land seh mal ne akazie ne blühende akazie lauter blühende akazien ist gar keine ist ne magnolie ach also wer weiß denn von uns beiden in der botanik bescheid ich oder ich ne magnolie ist es meine liebe ich müßte bedauern es mit einem kräftig gefassten schlag gegen sie nicht bewenden lassen zu können alle wesensmerkmale der akazie deuten auch bei diesen bäumen auf eine solche hin ist aber ne magnolie herr gott kläre siehst du denn nicht diese typisch ovalen blätter diese weißen kleinen traubenförmigen blütenstiele mädchen aber wölfchen wo es doch ne magnolie ist sie erstickte in küssen dann galt es noch eine bauersfrau nachzuahmen die auf der letzten station hochgeschürzt und breitbeinig stehen geblieben war um sich vermittels ihres zweiten unterrocks zu schneuzen kläre erwies sich hierbei als geschickt und brauchbar endlich kamen sie aber doch an es zeigte sich daß das hotel das sich schon durch den anschlag im zuge als alt bekannt und mit einer gepflegten küche versehen angepriesen hatte durch einen wagen zwei pferde und einen bediensteten vertreten war dieser mann musste die gepäckstücke holen die man in berlin sorgfältig aufgegeben hatte zwei winzig kleine köfferchen sie wurden verladen die reisenden stiegen ein sie rutschten auf den schwarzen hier und da ein wenig aufgeplatzten wachstuchkissen der sitze herum die fenster klirrten die beiden machten sich durch weitausladende handbewegungen verständlich der wagen war leer die chaussee staubig und öde einige hundert meter saßen sie manierlich aber schon an der ecke die das anwesen des gütlers johannes lauterbach und das der post bilden lagen sie in lautem hader wessen koffer durch seine kleinheit am meisten verdacht erregen werde sie nannten dieser reisegegenstände segelschweine und die kläre rang die hände wolf sei ein schandfleck sie ihrerseits ware das decorum sie schwatzten fortwährend die kläre am heftigsten ihr deutsch war ein wenig aus der art geschlagen sie hatte sich da eine sprache zurecht gemacht die im prinzip an das idiom erinnerte in dem kleine kinder ihre ersten lautlichen verbindungen mit der außenwelt herzustellen suchen sie wirbelte die worte so lange herum bis sie halb unkenntlich geworden waren ließ hier ein t aus fügte da ein s ein vertauschte alle artikel und man wußte nie ob es ihr beliebte sich über die unzulänglichkeit einer phrase oder über die anderen lustig zu machen dass sie medizinerin war wie sie zu sein vorgab war kaum glaubhaft jedoch mit der wahrheit übereinstimmend sie spielte immer gab stets irgendeiner lebenden oder erdachten gestalt für einige augenblicke wirklichkeit der wagen hielt während sie ausstiegen pass auf frauchen wo ist der koffer mit dem falschen geld ach da der hausknecht ließ den mund weit offen stehen sperrte die augen auf freundlich geleitete sie der alte wirt in ein zimmer des ersten stockwerks es war kahl einfach blumig tapeziert holzbetten standen darin ein großer waschtisch eine vase mit einem künstlichen blumenstrauß an der wand hingen zwei pendants eroberung englands durch die normannen und in gleichartigem rahmen symmetrisch aufgehängt großpapachens siebzigster geburtstag die tür schloss sich sie waren allein kläre wolfgang jetzt weiß ich nicht sollte ich den kofferschlüssel zu hause vergessen haben mein honeysuckle und sie drückte ihm einen heftigen kuss auf den mund während ihr gesicht rachsüchtig und boshaft erglänzte und stieß ihn von sich ach der kleine jungchen muss alles vergessen und man wußte nicht ob diese töne eine wiegende mutter nachahmten oder etwas ganz anderes pack aus mein hulle pulle schwer seufzend packten sie aus räumten ein ja nun bin ich so weit jetzt frisiere ich mich und dann gehe ich spazier's und du das überlasse du nur mir es wird dir dann seinerzeit das nötige mitgeteilt werden der stil war im großen und ganzen einheitlich verzerrt sie sagten sich häufig dinge die nicht recht zueinander passten nur um diese oder jene redewendung anbringen zu können den anderen zu irritieren sein gleichgewicht zu erschüttern sie gingen herunter da war der marktplatz der mit alten sehr niedrigen bäumen bepflanzt war schattig und still lag er da sie schritten durch ein schmiedeisernes tor in den park hier war es ruhig in dem einfachen weißen bau des schlosses klopfte ein handwerker sie gingen durch den hof wieder in den park wieder in die stille noch brausten und dröhnten in ihnen die geräusche der großen stadt der straßenbahnen gespräche waren noch nicht verhallt der lärm der herfahrt der lärm ihres täglichen lebens den sie nicht mehr hörten den die nerven aber doch zu überwinden hatten der eine bestimmte menge lebensenergie wegnahm ohne daß man es merkte aber hier war es nun still die ruhe wirkte lähmend wie wenn ein regelmäßiges langgewohntes geräusch plötzlich abgestellt wird lange sprachen sie nicht ließen sich beruhigen von den schattigen wegen der stillen fläche des sees den bäumen wie alle großstädter bewunderten sie maßlos einen einfachen strauch überschätzten seine schönheit ohne das praktische aller sie umgebenden ländlichen verhältnisse zu ahnen sahen sie die dinge vielleicht ebenso einseitig an wie der bauer nur von der anderen seite nun hier in reinsberg erforderten die gegenstände nicht allzu viel praktische kenntnis man war ja nicht auf einem gut das bewirtschaftet werden sollte sie kamen an den rand eines zweiten sees an eine bank stille wolfgang kläre glaubst du daß es hier bärens gibt eine alte tante von mir ist beinahe mal von einem von einem bären zerrissen worden nein sie war ganz empört habe ich das gesagt ich meinte nur aber du beschützt mich doch ja ich schwöre dir wieder war es sehr still die kläre saß da und sah sehr bestimmt in das schmutzig grüne wasser also pass mal auf warum ist hier nicht überall der zweite friedrich so wie er in sang sussi überall ist auf jedem gehakten weg an jedem boskett hinter jeder statue hier hat er gelebt gut wüsstest du es nicht würdest du es merken nein vielleicht muss man älter machtvoller sein um die welt sich zu formen nach seinem ebenbilde wer ist heute so wie der alte war sehen unsere wohnungen aus wie wenn sie nur ausschließlich dem besitzer gehören könnten ein specht siehst du ein specht wölfchen es ist kein specht es ist eine schleiereule er stand auf mit betonung ich habe ein außerordentlich feines empfinden dafür dass ich vermute du bist gewillt dich über mich lustig zu machen wird diese vermutung zur gewissheit so schlage ich dich nieder ihr gelächter klang weit durch die fichten das schloss das schloss mußte besichtigt werden man schritt hallend in den hof und zog an einer messingstange mit weißem porzellangriff eine kleine glocke schepperte ein fenster klappte gleich eine tür oberhalb der kleinen stiege öffnete sich und es kam nichts und dann tappte es und dann schob sich der massige kastellan in den hof als er der herrschaften ansichtig wurde tat er etwas überraschendes er stellte sich vor mein name ist herr adler ich bin hier der kastellan man dankte geehrt und präsentierte sich als das ehepaar gombetta aus lindenau historische erinnerungen schienen den dicken mann zu bewegen seine lippen zuckten aber er schwieg dann nun kommen sie mal hier hinten rum da ist es am nächsten und schloss eine bohlene tür auf die in einen dunklen steinaufgang hinein führte sie kletterten eine steile treppe mühsam herauf oben in einem ehemaligen vorzimmer lagen braune filzschuhe auf dem boden verstreut in allen größen für groß und klein zwanzig dreißig man mochte an irgendein märchen denken vielleicht hätte sie eine fe hierher verschüttet und ein wunschtopf hatte wieder einmal versagt und war übergelaufen die kläre behauptete so kleine gäbe es gar nicht sagte herr adler immer da rein wenn sie auch ein bisschen kippeln das tut nichts er war aber nicht genötigt solche schuhe anzuziehen weil er von natur filzbantoffeln trug die zimmer durch die er sie führte waren karg und enthaltsam eingerichtet steif und ausgerichtet standen stühle an den wänden aufgebaut es fehlte jene leise unregelmäßigkeit die einen raum erst wohnlich erscheinen lässt hier stand alles in rechtem winkel zueinander herr adler erklärte und dies hier sei das sogenannte prinzenzimmer und in diesem korbe habe das windspiel geschlafen das windspiel man wisse doch hoffentlich zu denken kläre das auch durch deine räume einst liebende der führer mit berätem munde leitet gott sei dank konnte er ja bei uns war es ja pik fein und dann sagte herr adler dies seien chinesische vasen und dieselben hätte der junge graf schleuben von seiner asienreise mitgebracht aber hier man trat in ein anderes höheres zimmer hier sei der gemäldesaal die bilder habe der berühmte kunstmaler pesne gemahlen und die bilder seien sofort züglich gemahlen dass sie den geehrten besuchern überall hin mit den augen folgten man sollte nur einmal die probe machen herr adler gab diese fakten stückweis wie ein geheimnis preis es war als wundere er sich immer dass seine worte auf die besucher keine größere wirkung machten herr gott die kläre sie begann den kastellan zu fragen wolfgang wollte sie hindern aber es war schon zu spät sagen sie mal herr adler woher wissen sie denn das alles das mit dem schloss und so adler leitete sein wissen von seinem vorgänger dem herrn breitriese her der seinerseits wieder von dem damaligen archivar brackrock habe und dann was ich noch fragen wollte herr adler hat es ihr wohl früher mal ein badezimmer gegeben nein aber wir haben eins unten wenn es sie interessiert sie dankte herr adler der noch zum schluss auf eine miniatur ein geschenk der großfürstin sophie von russland hingewiesen hatte verfiel plötzlich in abruptes schweigen und erst nachdem das trinkgeld in seiner hand klingelte blickte er zum fenster hinaus und sagte ein wenig geistesabwesend dies ist ein ehrwürdiges schloss sie werden die erinnerung daran ihr ganzes leben bewahren im garten ist auch noch die sonnenuhr sehenswert kläre unterließ es nicht wolf ein wenig zu kneifen und an der blumenkohl duftenden kastellans wohnung vorbei schritten sie hinaus ins freie am nachmittag fuhren sie auf dem see herum er ruderte und sie saß am steuer während sie dann und wann drohte sie werde ihre graue alte familie unglücklich machen sie habe es nunmehr satt und stürze sich ins wasser er werde sowieso bald umwerfen nein sie landeten an einer kleinen insel ein paar bäume standen darauf sie lagerten sich ins gras ein kühler wind strich vom see herüber die uferlinien waren unendlich fein geschwungen die hellblaue fläche glänzte matt siehst du mein afgen das ist nur deine heimat sag mal würdest du für dieselbe in den tod gehen du hast es schriftlich liebes weib dass ich nur für dich in den tod gehe verwirre die begriffe nicht amor patrie ist nicht gleichzusetzen mit der amor als solcher die gefühle sind andere nun ich bescheide mich und nach einem langen träumen in den hellen himmel er war so hell so hell daß die blitzenden funken vor den augen tanzten sah man lange hinein wölfchen du hast doch nie malen eine andere geliebt vor mir nie es prickelte so über die sehnsucht der bürger zu spotten über das was sie liebe nannten über ihre gier stets der erste zu sein sie waren beide nicht unerfahren stimmen kamen bruderboote familien die hier zu einem picknick landen wollten riesige blecherne vorratskörbe bedrohten wie geschütze das lager der friedlichen auf und davon mitten im see du musst mir auch mal rudern gelassen gehabt haben mich möchte ich das auch mal bitte rudere sie wechselten das boot schwankte die kläre ruderte es war eine freude einmal verlor sie beide ruder er musste mit dem stock rudern endlich fingen sie die hölzer wieder die weit ab auf dem wasser getrieben hatten ich kann es sehr schön ich konnte ja auch mal ohne rudern ja konnte ich lach nicht du limmel hab ich vielleicht nicht recht na und ruderte dass sie pusten und keuchen musste wie eine kleine asthmatische dampfmaschine die sonne ging schon unter als sie anlegten er bezahlte die kläre schwätzte mit der bootsverleiherin er hörte gerade so also ein kräftiger menschenschlag ist hier wie tja fröllen wir vertobacken unsere jungen ja nicht schlecht sie lachten noch als sie am hotel waren wie friedlich dieser abend war sie saßen unter den niedrigen dunklen bäumen und warteten aufs essen kläre wolfgang mir ist so gut so mein junge nein spaß beiseite mir ist mit dem magen nicht so recht das ist cholera warte bis du was zu essen bekommst nein hör doch ich habe so ein gefühl so leer so typisch das ist geradezu bezeichnet ist das du stirbst wölfchen die richtige liebe deinerseits ist das auch nicht erst lass ich dich auf medizin studieren und jetzt willst du nicht mal durch dein hörrohr gucken ach gott nicht wahr was heißt das denn hier überhaupt nicht wahr wer denn schließlich aber sie ging doch mit zur apotheke die hellbraun und ganz modern sachlich eingerichtet war weiße büchsen und töpfe aus porzellan reihten sich auf borden ein leichter baldrian geruch durchzog die räumlichkeiten hier händigte man den kranken nach eingehender rücksprache und leutseligem reden an den provisor eine kleine flasche mit einer dunkelbraunen flüssigkeit ein sie half gott sei dank dann aßen sie und nach tisch rauchte die kläre drüben am haus saßen die herren die jeder zugereiste als honoration zu bezeichnen pflegt juristen beamte der apotheker der durchbruch des berufsgeheimnisses mit hinweis auf die beiden der kleinen runde fettes gelächter entlockte prost wolf auf die alten auf die alten die gläser klangen und drüben die gäste die in langer tischreihe am beleuchteten haus speisten blickten herüber die kläre blies ringe es ist eine maßlose frechheit entschied sie hm hierher zu fahren wenn das niemand merkt aber es merks niemand pass mal auf es merks niemand ne quiss animat wertat prost weißt du ich reise lieber mit einem floh zirkus wie mit dir als kläre als mit dir ach gott konntest du auch besser mir nicht zu bekorrigieren zu gebrauchs gehabshabs ich spreche dir das schiere hochdeutsch hm eingeweihte wissen davon kantaten zu singen trinkst du noch was ob ich noch wen trinke nö ich finde wir gehen noch ein bißchen he sie schlenderten durch den dunklen ort nach langen schwarzen häuser strecken kam eine bogenlampe umschwirrt von surrenden braunen flecken insekten die durchaus in das licht gelangen wollten kläre wölfchen die tiere da oben siehst du ja so auch der mensch sie blieb stehen wieso bitte wie jene lebewes bitte was hier zu symbolisieren ist symbolisiere ich mir ganz allein überhaupt musst du schlafen gehen du sprichst ja schon ganz anders soll ich dir aufs arm nehmen buhle an dunklen fensterläden kamen sie vorbei und an langen mauern hinter rötlich beleuchteten gardinen saßen familien und spielten karten einmal traten sie in einen hof stolperten über pflastersteine und blickten durch ein fenster in einen saal drinnen spielten sie theater von der bühne sah man nur einen kleinen gelben hellen winkel aber man hörte alles ho ho sagte eine überlaute frauenstimme im alt da werden wir meinen schwager fragen müssen ah da kommt er ja das publikum schnaufte und zuckte wie eine vielköpfige bestie im dunkel man sah schultern sich bewegen köpfe sich hin und her wenden himmel der fritz kreischte jemand auf der bühne und die menge der theaterbesucher lachte ihre körper tauchten auf und nieder man murmelte wie merkwürdig sagte wolfgang draußen ist es totenstill der mond scheint und hier drinnen spielen sie ein scheinleben und wir kommen hinzu wissen nichts von den voraussetzungen des ersten akts und bleiben ernst es war still der hell erleuchtete winkel der bühne blieb leer einer mußte wohl eine zum lachen reizende geste gemacht haben denn jetzt lachten die frauen hell kreischend während die männer beifällig grunzten sie beugten sich weiter vor man konnte undeutlich und durch das fensterglas verschoben den übrigen teil der bühne erkennen der eine zimmereinrichtung mit gelber tapete und gemalten einrichtungsgegenständen darstellte ein mann in grüner schürze hielt dort oben zwiesprache mit einer robusten weibsperson in den vierzigern als soufflörkasten diente ein alter strandkorb sie hörten die beiden sagen so er soll ja reine machen in der tat hielt der mann einen besen in der hand und stattdessen scharvenzt er mit den mädels pass er nur auf er lieder jahn hier kicherte das publikum ich werde ihm die suppe schon versalzen hier und hier und da und da das publikum lachte hoho und oben bekam der mann der bis dahin mit gut gespielter teppenhaftigkeit den kopf beflissenhorchend geneigt hielt einige patschende schläge ins gesicht in diesem augenblick trat ein junges mädchen auf die bühne und hier nahm die heiterkeit des publikums einen so beängstigenden grad an daß die beiden unwillkürlich vom fenster zurückfuhren der erste akt seufzte er uns fehlt der erste akt so ein kleiner junge will sich das theater besehens marsch zu bett und sie gingen als sie die treppe hinaufkletterten hörten sie noch das lachen der lärmen der angeregten honorationen kläre belustigen sich die ackerbautreibenden bürger über uns ich bin fürchterlich in meiner wut ja mein jungchen nu geh mal zu bett ihre großen breitschultrigen schatten tanzten an der wand weil die kerzenflamme tanzte die kläre stand vor dem spiegel und löste ihre haare auf wölfchen pass mal auf da war ich noch ein kleiner mädchen und da bin ich bei meine freundin die alice gegangen heb mir doch mal die nadel auf und da war ein herr wie er hieß weiß ich nicht mehr und der hat gesagt mein haar ist wie aus seide gesponnen ja na und nix die kläre liebte es geschichten zu erzählen die ohne pointe kleine anspruchslose begebenheiten ihrer kindheit enthielten sie verlangte daß man sie sich oft anhöre und wurde zornig erregt bei dem hinwand man kenne dies du bist gar nicht freundlich zu mir du liebst mich nicht mehr einem seelischen chameleon gleich bot sie nun den anblick einer liebeskranken der mund war schmerzlich verschoben der oberkörper leicht geneigt die hände krampften sich ich meinerseits liege im bett sagte er die kerzenflamme verlosch unten schwatzte das wirtshaus publikum man hörte wie der wirt seinen rundgang bei den tischen veranstaltete nun auch die fleischwester wieder gesund ja ja so geht's hat es den herrschaften geschmeckt ja oben aber sagte die kläre gedankenvoll langsam ich möcht's dir nun nehmen und einem in seinen gulasch werfen seh mal er wundert sich bestimmt wie aber dann schwieg sie in der nacht wachte er auf vorsichtig bauschte er den vorhang der weiß und faltig am fenster leise vom nachtwind bewegt war der mond gespensterte in den bäumen ein obelisk stand seitwärts drohend da und warf einen scharfen schatten das laub rauschte auf warum reagieren wir darauf wie auf etwas schönes fühlte er es ist doch nur ein durch schallwellen fortgepflanztes geräusch und überließ sich gleich darauf willenlos diesem ruhigen rauschen das ein wenig traurig war aber hohes ahnen ließ und die brust weitermachte er fuhr herum eine ganz verschlafene kinderstimme sagte unter einem wasserfall von haaren ist niemand in mein kleinbettchen und soll aber jemand da sein und klein klärchen ist ganz allein er trug sie zurück ende von teil 1 teil 2 von reinsberg reinzberg ein bilderbuch für verliebte als er früh am morgen vom friseur zurückkam war die kläre am aufstehen es war das so eine sache die erste viertelstunde pflegte sie mit feiner stimme ein entzückend klingendes gemurmel zu stammeln unzusammenhängende silben hervorzubringen und in den verschiedensten nachahmungen von tierstimmen zu paradieren kaum hatte er die tür hinter sich zugezogen so begrüßte ihn das winseln und mauen einer neugeborenen katze aufstehen kläre aufstehen alle leute sind schon nach tisch man musste ein wenig übertreiben es half sonst nichts buh ja ich weiß komm und er zog ihr die bettdecke fort später wölfchen ziehe ich nur das grüne oder das weiße an welches möchtest du denn gerne anziehen das das weiß ich nicht seppur qua ich dich frage so zieh denn das weiße an schön was dieser junge mich tyrannisiert das ist nicht zu sagen ach pause wolfgang kläre meinst du wirklich dass ich das weiße anziehen soll seh mal ich mein doch mit den fleckens und so also das grüne schön nach einer kleinen weile ja aber ich möchte aber doch gern was möchtest du gern das grüne aber ich sage dir ja zieh's an ja aber wenn du's mir sagst macht's mir gar keinen spaß du mußt sagen zieh's nicht an mußt du sagen oder zieh das weiße an tja und bevor er sich noch erholt hatte fing sie an ein wundervolles gezänk von sich zu geben nach art gewisser frauen die sich beleidigt glauben und aus ihren gefühlen auch dem dienstmädchen gegenüber keinen hehl zu machen pflegen das ganze passte nicht recht her aber sie war im zuge da war nichts zu machen so also in meinem haus lasse ich mir das nicht sagen nicht sie stauben meine kostbaren seidenmöbel nicht ab sie sie geschöpf aber mein mann der bergassessor er floh noch auf dem korridor hörte er sie wie einen schuster jungen pfeifen auf dem kaffeetisch schien die sonne hier roch es stark und ländlich nach milch butter und einer frisch gewaschenen decke bienen und dicke fliegen schwammen in einem alten honigglas das der vorsorgliche wirt mit zuckerwasser gefüllt hatte sie kam herunter eine weile sprachen sie nicht sie aß mein gott sie aß und hatte hunger den richtigen morgenhunger eines langschläfers kläre wolf ich denke wir fahren heute morgen ein wenig spazieren so und ich mich nimmt er gar nicht mit ich will auch mit ich sagte wir buh buh ja du kannst auch mit nun weine mal nicht und iss wolf wolf sagt immer wölfschen ich spreche gar keinen guten deutsch wie ja er ist ein erfahrener greis aber wie steht es ihm an zu sprechen stoße nicht in das horn des leichtsinns mein kind und witzle nicht so über schwerwiegende dinge ich frage dich hat er unrecht oder hat er unrecht zwei möglichkeiten kommen nur in betracht er hat recht da kommt der wagen es war sein glück denn schon hatte sie sich hoch aufgerichtet und stand da die hände fest auf den tisch gedrückt und schielte leicht und schnell rollte der wagen durch die grüne allee wolfgang kläre merkst du nichts wie bitte obst du nichts merkst nein aber süh mir mal an bei gott nichts zuckt die achseln du musst das nicht mitsprechen was in klammern steht zuckt die achseln das steht in klammern weißt du aber merkst du nichts du hast dich gewaschen puh aber ein blaues band hatte ich gestern durch mein hemd gezogen und nun nicht mehr du erlaubst mir es ja nicht du ja nicht bot sie nicht das aussehen einer sichtlich gekränkten die schmollend die besseren gefühle des geliebten anrief du hast ja einen freund der wo sagt bunte bänders in der wäsche tragen nur kellnerinnen kennst deinem freund gesagt haben er könnte bei mir gegangen gewesen sein ob ich vielleicht eine kellnerin war ja er wollte das bestellen aber nun mußten sie in das grüne sehen das sich an ihnen vorüber bewegte nicht als ob dieser wald jene gerühmte schönheit besessen hätte wie wir sie auf bildern und postkarten zu sehen gelegenheit haben er wies keine partien auf keine durchblicke aber er machte sie froh es war wohl mehr ihre allgemeine freude am leben zu sein zwischen den vergangenen und denen die noch kommen würden jetzt waren sie an der reihe hurra an einer biegung der chaussee machte der kutscher halt murmelte und verschwand im gebüsch die kläre begleitete seinen weggang mit frommen reden und dann fuhren sie weiter und an einem wirtshaus am see wurde rast gemacht und dort gab es zu essen und dann fuhren sie wieder auf langen umwegen nach hause nach rheinsberg fußgänger begegneten ihnen schwitzende familienväter die ihre spazierstöcke mit den baumelnden jacken am ende gewehr übertrugen und schweigend der nächsten bierquelle zustrebten verliebte die mit verkrampften händen selig daher stolperten einmal hörten sie das bruchstück eines gespräches zweier spitzmäuliger damen ja sagte die eine und denken sie sie ist eine berlinerin aber wissen sie im guten sinne des wortes der wagen juckelte und knarrte bald gehen die pferde im trab bald trotten sie langsam mit gesenkten nickenden köpfen und immer konnte man wenn es einem beliebte den kopf nach hinten legen auf den verdeck wie kläre das nannte und dann sah man in die wolken immer in die wolken während der körper im rhythmus des fahrens angenehm bewegt wurde am spätnachmittag kamen sie an es war heiß vielleicht würde es abends ein gewitter geben sagte der wirt sie gingen in den park an einem kleinen rondell schimmerten weiße figuren aus dem blätterwerk ein satyr lehnte an einem baumstumpf mit gesenkter flöte ein faun stach eine fliehende nymphe das schloß leuchtete weiß violett funkelten die fensterscheiben in hellen rahmen von staubigen lichtern rosig betupft alles spiegelte sich im glatten wasser baumgruppen standen da brütlich gelb beschienen mit schwärzlichen schatten sie warfen lange dunkle flächen auf den rasen träge schob sich der see in kleinen wellchen an die schilfigen ufer brüh heiß kann man eigentlich so den hitzschlag bekommen kläre sie lag am boden und kaute einen halm der schwankend ihrem munde entwuchs das kommt ganz auf die innentemperatur an mein junge du bei deiner hitze ja du kannst wohl einkriegen zeig mal die zunge hm du tätest auch besser daran mehr in den kollegs aufzupassen anstatt herzen mit meinen initialen in die bänke zu schneiden überhaupt das frauenstudium bitte nehmen sie platz sie war ganz würde und obgleich sie im gras saß konnte man glauben was den ausdruck ihres gesichts anbetraf einen vielbeschäftigten an seinen patienten interessierten arzt vor sich zu sehen einen weg zur heilung werden wir schon finden schon finden kraute sich einen imaginären bart wissen sie ob ihr herr großpapa jemals an einem icterus katariles litt oder an einer angina vincentis nun wir werden das übel schon beheben darf ich bitten den mund zu öffnen weiter weiter so und sie warf den aufhorchenden mit einem starken stoß nach hinten ins gras die luft lag unbeweglich drückend sie schritten über eine brücke darunter das wasser grün und schleimig abfloß sie blickten hinunter blätter schwammen vorbei kleine zweige hölzchen wolfgang kläre erlaubst du's mir ja nur einmal bitte bitte sie drängte sich an ihn umkoste ihn ging ihm um den bart sozusagen was denn was denn was denn kind er machte sich frei erlaubst mir doch nie erlaubst du's mir wen ich möchte doch so gern aber was denn sie schwieg sie sahen wieder von der brücke in das dahinschleichende wasser wolfgang sagte die claire träumerisch ich möchte einmal in das wasser spucken und in den höchsten tönen erlaubst du's mir und piepsend ja er erlaubte es ihr sie gingen durch die straßen der stadt schaufenster boten lockend ihre einlagen an kunstreich geordnet oh man war hier durchaus auf der höhe wie man mit stolz sagen durfte und hatte sich die errungenschaften der neuen zeit zu nutze gemacht ein moderner wind wehte auch hier nach künstlerischen prinzipien hatte zum beispiel herr krummhaar der kolonialwarenhändler an der ecke des marktes sein schaufenster arrangiert blickte man durch die blank polierten scheiben so tat sich dem beschauer eine schlaraffenhafte landschaft auf auf einem hügel von paniermehl stand ein zuckerhut mit einem roten gelatine kreuz und sah man näher hin war es eine windmühle pflaumenwege führten an mit preisen versehenen korinthenbeeten vorbei und auf einem spiegelglas schwamm eine brick die herr krummhaar aus dem fernen indien baurige flaschen danziger goldwassers und salzbrezeln heranschleppte vor der ladentür waren fässer aufgebaut die bis oben hin mit köstlichen erbsen und allerhand getrockneten nun aber längst verstaubtem obst gefüllt zu sein schienen nur der kundige konnte ahnen daß es sich um eine geschickte täuschung handle lange stand die kläre vor der bunten pracht und dann zitierte sie mit ausdruck und einen ochsen ganz bepackt mit fleisch extrakt überall blieben sie stehen alles wollte sie kaufen und sie wirbelte herum schwatzte lachte und war nacheinander ein frauchen das ihren mann zu einkäufen bewegen will ein unfolgsames kind das sich meckernd von der hand der bonn durch die straßen schleppen lässt ein kleiner hund und zehn schritte lang bot sie sogar die kopie eines durchaus nicht einwandfreien geschöpfes vor der thür eines kleinen lädchens dessen schaufenster dem käufer posamentier und weißwaren versprachen standen die freulein luft zwei gutmütige elbliche wesen die ein wenig muffig rochen sie schöpften die abendluft einen käufer gab es jetzt nicht die beiden drängten sich in ihren laden ich möchte bitte wäscheknöpfe die kläre war geschäftig ganz bei der sache tja aber bitte geben sie mir doch bitte weiße wäscheknöpfe zum annähen tja gewiß aber die fräulein luft rührten sich nicht sondern sahen sich und die beiden besucher die ihren laden nahezu ausfüllten ratlos verlegen an eine von ihnen holte tief atem mochte der schunge herr nicht so lange rausgehen welch treue seele dachte er und ging heraus ein kinematograph hier in reinsberg wölfchen nach dem souper ja wirklich es gab einen und sie gingen hin auf dem wege schon murrte es in den wolken die langsam aufzogen wind schüttelte laub von den rauschenden bäumen staub wirbelte auf aber noch trocken kamen sie in dem saal des wirtshauses an richtig ein kleines orchester war da es verdunkelte sich der saal natur malerische flussfahrt durch die britannien koloriert der apparat schnatterte und warf einen rauchigen lichtkegel durch den saal eine bunte landschaft erschien bunt farbenprächtig heiter die kolorierung war der natur getreulich nachgebildet die bäume waren spinatgrün der himmel wie in einem ewigen sonnenuntergang in rosa und blau schwimmend während die flusslandschaft hell vorbeizog schwankte dauernd ein schwarzer schatten in form einer stange durch das bild was vermuten ließ daß die aufnahme von einem dampfboot ausgemacht worden war dies bestätigte sich denn nach einer kleinen weile drehte sich der hellbraun gebohlte teil eines schiffes in das bild das nun das nahe und das ferne zugleich erkennen ließ eine rosa gekleidete dame mit weißem spitzenschirm anscheinend zu diesem zwecke hinbeordert erzeugte vermittels freundlichen lächelns winkens eifrigen auf und abspazierens geschickt den eindruck sommerlichen glückes hinten glitten die kolorierten bestandteile der britannien vorbei trauerweiden die zweige in das wasser hängen ließen kleine ockergelbe häuschen die anscheinend auf ihre umgebung abgefärbt hatten ein vorüberziehender fischdampfer claire saß erschüttert wolfgang es ist zu traurig glaubst du daß der sterbende krieger seine heimat erreicht er glaubte es nicht umso weniger als jetzt der eben eingetretene klavierspieler geräuschvoll drei kräftige akkorde erschallen ließ sein bierglas herunterwarf aber hierdurch unbeirrt sich anschickte den nunmehr folgenden film moritz lernt kochen in angemessener weise zu begleiten die musik tobte der nachbar steckte den kopf zur tür herein moritz steht am kochherd packt den anderen wirft ihn in den topf daß die beine heraus sehen schwanken fallen töpfe kippen sinnflut man schwimmt gemeinschaftlich die treppe herunter schüttelt sich unten die hände nimmt das triefende mobiliar unter den arm und verschwindet die claire konnte sich nicht beruhigen sie fragte wollte alles wissen ob er denn nun kochen könne ob der nachbar gut durchgekocht sei sie könne übrigens auch kochen perfekt möchte sie nur sagen und schwieg erst als helle buchstaben auf dunklem grund ankündigten das rettende lichtsignal in der titelrolle herr violo von der greizer hofoper aufgrund einer freundlichen stillen übereinkunft zwischen filmfabrik und publikum bedeutete die blaue farbe nacht während die rote die katastrophe einer feuersbrunst anzeigte so dass es allen klar wurde wie man in solch gefährlichen stunden eines rettenden lichtsignales des bräutigams bedurfte mochte die handlung durchsichtig sein hier war das leben aber konzentriert wenn das meer wenn die brandung an felsen schlug wenn der vorplatz eines hauses einen augenblick frei blieb und man an den zweigen sehen konnte wie der wind geweht hatte der augenblick war dahin unwiederbringlich dahin wie beängstigend schön war es wenn eisenbahnzüge lautlos wie große schatten erschienen immer näher größer ein kopf sah aus dem fenster aber als die leuchtenden lichtgestalten zu weinen begannen und ein harmonium in aktion gesetzt wurde schnupfte die kläre tief auf und äußerte schluchzend den wunsch nach hause zu gehen sie kämpften durch wind und regen ins hotel ende von teil zwei teil drei von reinsberg diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz reinsberg ein bilderbuch für verliebte von kurt tucholsky teil drei am morgen gingen sie in die felder das gewitter von gestern hatte abgekühlt die ersten herbstlichen tage kamen der wind wehte stark als sie gegen ihn angingen sang er wie klagend an den wegen schäumten die laubmassen milchig weißes licht beglänzte gleichmäßig die felder die sonne steckte hinter den stürmenden wolken manchmal kam sie hervor dann war sie rot und froh in der rauen kräftigen herbstluft ein leerer pfad lag vor ihnen rein gefegt vom wind und es war seligkeit darüber hinweg zu schreiten junge linden reiten sich endlos und es war glück immer wieder den ächzenden stamm zur seite zu haben tief ging der atem und die schultern hoben sich sie gingen im gleichschritt sehnsucht sehnsucht nach der erfüllung hier war alles fühlte er herbst der klärende klare herbst kläre alles und doch zog es weiter der fuß strebte vorwärts irgendwo lag ein ziel nie zu erreichen viel fast alles auf der welt war zu befriedigen beinahe jede sehnsucht war zu erfüllen nur diese nicht was war von oben betrachtet ein liebender ein narr wenn sich ihm das geliebte herz eröffnete schwieg er satt und zufrieden ganze literaturen wehren nicht riegelten die mädchen ihre türen auf ein amoroso war zu befriedigen gebt ihm das weib das er begehrt und der tönende mund schweigt was gibt es uns zum schweigen zu bringen wir haben nichts mehr zu verschleiern wir wissen um alle heimlichkeiten der körper auch um alle der seele es gibt worte die nie gesagt werden dürfen sonst sterben sie aber wir wollen nicht in diese tiefen der schatzkammern wir haben einander ganz und doch sehnen wir uns was ist das das uns fort treibt weiter höher vorwärts der frühling ist es nicht denn es ist da zu allen jahreszeiten die jugendzeit ist es nicht denn wir spüren es in allen altern die kläre ist es nicht wir fühlen es ohnehin jetzt kamen sie durch einen windstillen hain junger birken glücklich sein aber nie zufrieden das feuer nicht auslöschen lassen nie nie in einem runden loch kreiste träge schwarzes fauliges wasser alles andere ist ein vorspiel die werbung die gewährung das genießen dann fängt es an und höret nimmer auf was kann vorher sein beschäftigt mit der simplen frage ja nein sehen sie nicht das wesentliche nicht das eigentliche entkleide die deinige von deinen begierden sie zu besitzen setze sie in dein zimmer wunschlos allein denk du habest alles was du wolltest liebe sie kann sie mehr als locken versprechen kann sie geben nicht jede hält die belastungsprobe aus man behütet nicht umsonst ängstlich das letzte wenn man nicht weiß dass es das kostbarste ist was man zu geben hat eroberungen bei denen der reiz nur im erobern besteht wir aber wollen besitzen und es gibt keine tiefere sehnsucht als diese die sehnsucht nach der erfüllung sie kann nicht befriedigt werden wölfchen hallo sie war weit voraus gelaufen und pflückte im gebüsch weiße eisbeeren legte sie im kreis auf den boden und knackte sie mit dem fuß in zwei warum tust du es hast du keinen sinn für schönheit fühlst du nicht daß das befriedigt erlöst wie von einem druck befreit wenn die bäre endlich aufknackt bei nause die gräser glänzten im licht ein dicker käfer zog über die chaussee flog auf ein windstrich über den weg führte ihn mit sich fort wallte er dort hin nun er würde auch da glücklich sein eine schafherde trappelte durch die gestoppelten felder sie wollten ausweichen aber es war zu spät der schäferhund hatte eine lange reihe zurecht gebellt sie waren mitten unter ihnen die schafe umwogten sie die kläre schwankte lachend in dem meer her und hin wölfchen wenn mir die tiere nu fressens ihnen nicht fräulein es dürfte sich nicht lohnen endlich krochen sie heraus staubbedeckt lachend daß du dir da rausgefunden hast wölfchen sie waren auf freiem feld glänzend wehten grüne gräser im wind die luft war in starker bewegung aber das land lag ruhig mochte es wehen und darüber hinfahren die erde blieb fest sie standen auf einem kleinen hügel das land wellte sich weit fort spielend riß die starke luft an den haaren dies alles umarmen zu können nicht weil es gut oder schön ist sondern weil es da ist weil sich die wolkenbänke weiß und wattig lagern weil wir leben kraft kraft der jugend kläre na und wurde gepackt und wie ein wickelkind davongetragen den abhang herunter bis tief in die blumige mulde und wieder kamen sie nach reinsberg und weil es der letzte tag war verschwand wolf und kam kurz vor dem mittagessen mit einem großen weißen paket wieder oben angelangt legte er es auf den tisch die kläre zupfte vor dem spiegel an ihrem haar wandte sich um wolfgang kläre was issen dis nüchs wie du dich auszudrücken beliebst na aber um allen so gearteten debatten aus dem wege zu gehen mein liebes weib erkläre ich hiermit dass in dem paket mit erhobener stimme zwar etwas darin ist aber du da selbst mit bedeutung nicht vor dem abend öffnen darfst um zehn geht der zug um drei viertel zehn darfst du punkt hm pause wolfgang kläre sagst du's mir was da drin ist seh mal schweig ich habe gesprochen aber wölfchen ich fand du kennst mir doch den anfangsbuchstaben sagen und den hinten auch ich meine den endbuchstaben ja ich zertrümmere dich nein nur den anfang tje bitte bitte schluss wir essen es gab schöne sachen suppenskips erörterte kläre die alles wusste und hühnegens mit gemüsen und hops hops obst wölfchen obst und den güps willst du das gern wissen wölfchen ja hm ich sag's dir's auch aber du musst mir sagen was in dem paket ich will's nicht wissen buh sie muckschte wie ein kleines kind und ließ eine habsburgische unterlippe hängen bis das essen kam wölfchen ess man suppens mit nem messer wa na ich hab mal einen gesehen der hat mit nem messer geessen suppe nein aber da kam eine alte dame an ihrem tisch vorüber geschleucht schielte krumm und murmelte etwas von unerhört und person und so wölfchen die meint mir konntest sie ihr nicht gefordert gehabt hab's seh mal ich bin doch ne feine nicht wahr oder glaubst du ich bin eine prositierte nein ich ja nicht ich nicht hm laß das alter gewähren mein kind vielleicht hat's ja nicht so hübsche jugenderinnerungen wie schrieb der große friedrich an den rand seiner akten mein lieber geheimrat schrieb er wir sind alt und können nicht mehr wir wollen uns über die freuen die noch können und dann aßen sie und als es zu ende war wölfchen die sonne scheint gerade so schön wir wollen fotografieren sie holte den apparat den sie umständlich herrichtete eine zeitaufnahme war beabsichtigt unter dem blätterdach der alten bäume die gesprenkeltes licht zum boden durchließen stell dir mal hin wölfchen nu pass auf wir machen's einen langen aufnahmen du muß nu immer so ruhig stehen weißt du ganz stille ich gehe so lange fort auf daß es dir nicht lächere er stand regungslos nur gegen die sonne anblinzelnd fühlte sein herz klopfen der atem ging taktmäßig ein und aus wie lange es dauerte die kläre wandelte unter den linden weiter hinten es sah aus als hätte sie vergessen ohne die lippen weit zu öffnen kläre immer noch erging sie sich unter den schattigen bäumen aber sie antwortete ja noch lange nein wieder schweigen wieder summten die insekten teller klapperten im haus lange wolfgang hm und von ganz fern du kannst kommen ich hab gar nichts eingestellt und helles lachen so ein aber schön still hast du's gehals ho ho wie aus einem schallbecken platzte lachen aus ihrem mund heftig lärmend aber er fing sie nach dem essen musste die kläre schlafen gelegt werden sie war im sonnenglast hingestreckt auf einer wiese über der die luft in der mittags wärme zittrig schwebte schweigen wölfchen wölfchen kläre sagst du's mir was denn was in den paket schlaf sie schnarchte dass die grillen vor schreck verstummten pst du sagst ja ich soll nie nicht ist es richtig buh wieder schweigen wie im selbstgespräch ich fand wenn du's mir sagtest gefiel's mir hier besser wie ich bin neugierig alle frauen sind ich will dir mal was sagen ich will's gar nicht wissen überhaupt ist es mir egal es lässt mich kalt das kannst du brauchen wie ich meinte nur wölfchen kläre isstens essens drin oder aber er antwortete nun nicht mehr sie schliefen und als sie aufwachten sie hatte ihn wach gekitzelt stand die kläre auf strich sich den rock glatt und ihre ersten worte waren neugierig bin ich gar nicht aber wissen möchte ich bloß was da in is und dachte heftig nach ohne es heraus zu bekommen sie hat es nie erfahren das paket wurde im hotel vergessen nachmittags lagen sie im boot der himmel war klar noch einmal gab der sommer seine wärme dies ist der letzte der drei tage aber ich bin so froh wie am ersten jung sein voller kraft sein eine reihe leuchtender tage das kommt nie wieder heiter glück verbreiten wir wollen uns erinnerungen machen die funken sprühen wir haben alles voraus heute mögen die in den gräbern die fäuste schütteln mögen die ungeborenen lächeln wir sind alle sollen freudig sein kämpfen aber mit freuden dreinhauen aber mit lachen mädchen was zieht ihr mit ketten schwer beladen einher schüttelt sie ab sie sind leicht sie sind hohl tanzt tanzt vom ufer her rief sie jemand an ein mädchen mit einer schneckenfrisur und ernsten schwarzen augen sie trug sich irgendwie in blau und grau sie ruderten heran wo es hier nach dem forsthaus ginge ob es noch weit sei sie beabsichtigten dorthin zu fahren wenn sie wolle sie dankte nahm an es ergab sich dass sie gleichfalls die heilwissenschaft studierte und sich auch sonst geistig fleißig rege sie lud arme kinder zu sich zu tisch um an abgemessenen gewichtsportionen die wirkungen gewisser hydrate festzustellen auch in anderen beziehungen nahm sie sich diese opfer der kapitalistischen wirtschaftsordnung an und förderte sie durch gute ratschläge das brachte sie ruhig und selbstverständlich vor bescheiden aber fest das gespräch glitt weiter nein heiraten wollte sie vorläufig nicht sie habe noch keinen gefunden der mann gewesen wäre ohne ein sexualtier zu sein sie hatte einen schlechten teint und es sah aus als bade sie selten ob sie denn nie verliebt gewesen sei oh sie besäße wie sie ohne unbescheiden zu sein mitteilen könne temperaments genug so habe sie neulich auf einem vereinsfest sogar etwas getrunken was dem geschmacke nach schwedischer punsch gewesen sein mochte aber das seien doch nebendinge für sie hier schaukelte das brot ein wenig für sie gäbe es nur die pflicht pflicht ihre berufe als wissenschaftlerin und soziales glied voll und ganz genüge zu tun dies was sie anginge und die herrschaften mit wem habe sie denn das vergnügen sie sei stut mit achner lissi achner und die freundlichen die sie hier mitnehmen kläre ergriff das wort wolfgang graute nun sie hätten hier ein kleines besitztum in der nähe nicht sehr bedeutend dreihundert morgen etwa ja und das sei ihr bruder sie seien noch nie in einer großen stadt gewesen die eltern erlaubten es nicht nein wie es denn so in berlin aussähe sie hätten so bunte vorstellungen davon aber nicht wahr aus den büchern könne man das nicht so die studentin achner bestätigte dies nein aus den büchern könne man dies nicht so man müsse wirklich einmal sie könne das den herrschaften nur empfehlen diese verschiedenartigen kreise diese anregungen man müsse ordentlich auf den posten sein um all den anforderungen genüge zu tun nun sie lissi achner sei auf den posten das könne sie wohl sagen und es erwies sich daß dieses begabte mädchen über alles so die liebe und das leben ihre klaren festen begriffe hatte an denen nicht zu rütteln war sie sei monistin was das sei gesellschaftliche artigkeit trug über ein leichtes lächeln den sieg davon sie sei erfüllt von dem glauben dass sich alles auf natürlicher grundlage nach maßgabe der betreffenden umstände aufbaue auf die umstände lege sie besonderes gewicht auf die käme es an aus ihnen ließe sich alles herleiten sie lissi achner wäre nimmermehr das geworden was sie sei wenn nicht die umstände und das was man wohl milieu nenne sie zu einem produkt der neuen zeit gemacht hätten um diese umstände zu erkennen das sei es fuhr stut med achner fort worauf es ankäme erkenntnis das sei das wort wohin solle es führen wenn wir auf der stufe alter barbaren völker ständen und den regen zum beispiel noch als etwas göttliches empfänden der regen sei einfach ein niederschlag atmosphärischen wassers in form von tropfen oder wasserstrahlen dagegen war nichts zu sagen der regen war in der tat ein niederschlag atmosphärischen wassers in der form von tropfen oder wasserstrahlen und habe es nicht mit den geistigen dingen eine ebensolche bewandtnis sei nicht auch hier die erkenntnis das element alles lebens wie wolle man sich denn vor liebesschmerz hüten ohne die elemente dieses affekts die liebe und den schmerz analysieren zu können sie gäbe ja ausnahmen zu bemerkte die sprecherin aber wenn wir auch heute noch nicht so weit wären alles zu erkennen so läge dies eben an einer mangelhaftigkeit unsere apparate beziehungsweise organe es würde schon noch werden seien nicht auch die religionen die kunst dinge die restlos in ihre bestandteile aufzulösen nur einem orthodoxen als kühn erscheinen könne ja das gesamte leben als solches aber hier lief der kahn auf den sand daß es knirschte man war angelangt die stutmed aachener bedankte sich und schritt durch das grün auf das forsthaus zu männlichen schrittes geradeaus und irgendwie in blau und grau gekleidet die beiden trieben ab das boot schwankte bewegt durch das schaukeln der lachenden und wieder trug sie die strömung dahin der fächelnde wind kräuselte das wasser brachte frischere lüfte einmal legte die kläre die hand auf den bootsrand diese ein wenig knochige und männliche hand auf deren rücken blassblaue adern sich strafften man sah aber die holz geschnitzten langen finger so ahnte man es war eine erfahrene hand diese fingerspitzen wußten um die wirkung ihrer zärtlichkeiten kräftig und sicher spielten die gelenke die hand hing im wasser und zog einen quirlenden streif dunkelgrün und klar lagen die ufer weit zurück leuchtender leuchtender tag da sein voraussetzungsloses da sein und immerfort wissen das eine ist die gleich fühlt gleich denkt denkt fühlt sie wirklich aber ist das nicht einerlei wenn wir nur glauben nun wir glauben eben einmal dass wir uns nur deshalb nicht begegnen weil wir nebeneinander demselben ziele zu laufen gleich strebend parallel dies zu wissen das ist glück ein seitenblick genügt alle deine empfindungen sind hier noch einmal aber umkleidet mit dem reiz des fremden wozu noch sprechen wir wissen ohnehin wozu versichern betonen wir wissen wir wissen und das erlebnis und ich und sie das gibt einen klang einen guten dreiklang aber nun waren nur noch zwei stunden bis zur abfahrt wolfgang kläre gehen wir noch ein bisschen spazieren komm in die böhmischen wälder und sie gingen durch den dämmerigen park in dem die baumgruppen erdunkelten sich schwärzlich auseinander schoben der himmel war am nachmittag schimmernd klar gewesen noch spannte er sich wie ein ungeheurer bogen von osten nach westen aber nun hatte er eine dunkle färbung angenommen er war fast schwarz und weiße wolkenflecken zogen rasch unter ihm dahin gewiss blies hier der wind immer so in die baumwipfel daß sie aufrauschten strich durch die stämme raschelte schleifend im laub sie empfanden abschied sie mussten fort leises trauern noch einmal zogen sie die reine luft ein abschied eine neue etappe aber diese haben wir gelebt der weg führte auf einem hügel durch wiesen und an schwärzlichen sträuchern vorbei sie sprachen nichts in der höhe glänzten helle fenster einer villa töne da oben gab es musik sie schritten aufwärts blieben im dunkel stehen das gelbe licht traf sie nicht es bestrahlte einige zweige der linden die am haus gepflanzt waren war es ein ball ein walzer kam die geigen es musste eine stark besetzte kapelle sein zogen süß dahin sie sangen das thema ein einfaches liebliches in langen bogenstrichen verstummten aber nun nahmen es alle instrumente auf pforte und es war wie wenn zarte heimlichkeiten ans licht gezogen würden mit wehmut dachte man an die piano passagen aber auch so machte es einen schweben und der rhythmus dieser wiegende schleifende rhythmus zuckte und warb sie standen unruhig hatten sich bei den händen gefaßt reckten sich und da brach die lustigkeit prasselnd durch in tausend kleinen achteln die klirrten wie wenn glitzernde glasstückchen auf metall fielen brach sie durch die geigen jubelten und kicherten die bässe rummelten fett und amüsiert in der tiefe und auch der zinke nist machte kein hehl daraus das ihn das ganze aufs höchste erfreute der teil wiederholte sich wieder kletterten die geigen in die schwindelnde höhe guckten von ihrem hohen sopran in die welt und schließlich lösten sich die töne auf zierliche spielerische weise in nichts auf dröhnten nicht drei pauken schläge ein dominantakkord erklang ein lauf von der flöte gepfiffen machte neugierig gespannt und wieder ein lauf die geigen folgten die melodie blieb auf einem neuen dominantakkord stehen pause und das alte süße thema kehrte in den geigen wieder hier war erinnerung heimliche freuden und alles verliebte flüstern der welt und da packte es die zwei und sie drehten sich langsam schwebend und sie tanzten auf dem struppigen rasen schweigend ruhig anfangs dann schneller und schneller noch einmal bliesen fanfaren königlich und stolz kaum wieder zu erkennen das thema dann wirbelten die beiden tanzend den abhang herunter und kehrten zurück und packten ein fuhren in dem rumpeligen hotelwagen zur bahn bestiegen in löwenberg den d-zug fuhren durch die nacht brausend aufgewühlt nach berlin in die große stadt in der es wieder mühen für sie gab graue tage und sehnsüchtige telefongespräche verschwiegene nachmittage arbeit und das ganze glück ihrer großen liebe